Was geht am Ende? Willkommen zurück in der Folge KADOSFREG DORMALFANS Heute bei Anders und Peter in den nächsten Urlaub und davon haben wir Mango am Stüßel Hallo, hallo, hallo Ich kann Peter nicht ersetzen, aber ich werde versuchen mindestens genauso gut wie er rein zu rennen und zu sterben Doch, du machst das ganz toll Skilltechnisch wahrscheinlich schon Ach, in CSGO ist das inzwischen so variabel einfach Wie gut man spielt nicht Das ist ja so schön Geht durch, geht durch, geht durch Einfach rennen Wenn die von hinten kommen, sag ich Bescheid 2 Alter, Chris, jetzt schon ein Alter, Leute, was macht ihr denn? Ja, oben Was war das denn für eine cleane Runde, Alter? Nein, nicht ganz Einer ist leider gestorben Christian, mega Aber jeder von uns hat einen Kill gemacht Wie gut ist das denn? Ja, das ist auch mal was Schönes, oder? Ja, was spielt ihr jetzt? Das ist ja auch ein Teenspiel, nicht? Ja, stimmt Das ist ne galee Runde, damit man schön jetzt ein gesamtes Spray daneben setzen kann Jetzt gehen wir Ja, Ventrush Da haben wir MP, ne? Oh, da draußen kam jetzt die Granaten Oh, der ist vorgekommen Von hinten Zwei Drei Ich bin auf A drauf Sehr gut Einer noch Ich habe mich versteckt Einer ist dann hinten noch, oder? Wahrscheinlich hell, glaube ich Ja Der müsste Pommes sein, oder Lobby Auf Pommes Ich guck Quicky Aua! Hinten Okay, ich guck Quicky Guckst du Lobby? Guckst du Pommes? Ja, passiv Er steht gut Hab mich gemacht, komm Quicky Ja, warte Nice Alter, ey Was hat der uns denn jetzt noch gemacht? Boah, der hat schon drei Kills mehr als Peter haben würde Guck mal, ich habe auch was für euch Guck Aua! Hm? Guck Alter, ich hab hier für euch ein Messer, ey Ich hab... Wo spielt man denn? Fuck Ich smoke mal lang Lass mal meine Akkabe schmeißen Hab die Bombe vorne hingelegt Wegen der Lobby Weil ich irgendwie Angst hab, seit die wieder pushen Dann halte ich die Mache Jemand ist in der H.I. geschließen Was soll denn? Wo lebt die jetzt? Hab ich grad geflasht? Ich habe einen! Gerade Richtung Red eine geschließen Einer steht hinten Scheiße Kommt der Minus hat sich Habe ich Was ist denn in der Habe? Piff, piff, schicken Garage Hast du piff, piff, piff Möchtest du ein Lobby dann? Rampe? Ne, jetzt können wir ausgehen Oh nice, piff, 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 müsste tot sein Ja, schick Okay Ein Main drauf Rampe liegt ne Aave Nein Der hat mich Einer war Rampe Einer ging Rampe vor Geht runter Ich bin hinter Christian Aber Rampe ist dann die Aave, ne? Ey, der ist Lobby gegangen Also So So Weiter vorne Dann geh ich über Vent Komm ich zu euch runter Dann geh ich hoch mal gucken Bevor wir hier geräuschen Okay, pass auf Sobald du oben bist mach ich die Tür auf Damit der zu mir guckt Und dann kannst du dir hier gucken A sieht ziemlich frei aus Äh, ich bin oben A sieht ziemlich frei aus, Leute Ich komm, ich komm mal Der war hier Geh mal hoch, okay Rampe hab ich schon Oben, oben, oben Nein, nein, nein Auf der Reling 36 36 Ach, da kam der zurück, Alter Wo war der? Oben Oben Reling war der Ich für Rampe Ich, ich warte Rampe Da war er, oder? Schön Prominant Ja, hinten Rampe ist er Oh, guck da Ich guck grad nirgendwo Ich hab 13 Lass einfach Boah Das Fenster Ja Komm, der könnte Tür kommen Ja, das ist die Tür Ja Ich find wirklich das Kross hier Er geht über Rampe weg Er geht über Rampe weg? Ne, geht ihr über Rampe weg So Damit ihr nicht Jetzt ihm in die Finger rennt Schön Nice Nice Parallel haben wir ein Freewind geschenkt bekommen Ist 5 gegen 4 jetzt Geil, krass Herrlich Das sind die liebsten Siege Das auf Nuke, Alter Was sollste tun? Kann wir eine AK legen? Ja Ich kann auch, sonst Ich hab sehr viel Geld Ja, dann mach du mal Ich hab sehr viel Geld Ich hab sehr viel Geld Red Außen Oh, der push Der hat ne AVP Und geht jetzt Der ist wieder zurück Vorsicht, Bram Vorsicht Da ist links auch einer Da sind zwei, Bram Den hast du gesehen Links direkt an der Kiste Einer SP Rampe Einer ist hinter Red Einer ist hinter Red Einer ist hinter Red Ne, ne, ne Einer ist hinter Red Einer ist hinter Red Ich ramp Oh Junge, was ist das denn? Oh shit Einer kam außen Ich dachte jetzt Einer eh Ich dachte jetzt kommt Wie übel das Granatenleiter Nein, außen hat mich Ach scheiß Der hat noch 20 Also wir haben insgesamt nur noch vier Gegner Ihr habt noch drei Ja Einer ist low mit 20 Ja, einer kommt Na, das gehört Mach die Tür auf Ich geb den Headshot Du stehst richtig doof für Rampe, Bram Ich glaub einer ist Rampe Kann ich nicht gucken Hast du okay, hast du gut Hast du gut Penster vielleicht Unter mir die Tür Unter mir die Tür Unter mir die Tür Scheiße Nein Reicht aber Könnte reicht, oder? Weiß ich nicht Der hat doch Ninja nicht Ohhhh Schade Aber cleaner Versuch Fuck Ja die Ram könnte legen, oder? Kann ich legen Aber wir können forcen Ne Kann ich nicht Dann würd ich aber in diese A reinrushen, oder? Ich würd trotzdem forcen Ja, bitte Mango Also außen wird noch alles stehen Oh ne, nicht wirklich, oder? Ich smoke mal einfach außen, damit die Stress sind Ja, die nehm ich Sorry, hab ich nicht mehr Alles gut Einer steht unten Big red Ich bin am first Kommt vor Nice Wollt ihr alle leise jetzt hier reinkommen und dann rennen wir A drauf Ah, hinten die Aave Ah Genau Ja Gerade um den schon zu verhindern Können wir machen Es sind nur noch 3 Einer ist in der Garage Ja Einer wird Rampe sein Einer sitzt immer oben Reling eigentlich Mango und ich sitzen Pommes Dann 3 2 1 Go Rampe Hä? Hä? Okay Heaven und Pommes Welchen habt ihr weggemacht? Keinen Heaven Achso Jay war das lol Auf Pommes Nein Außen, ganz außen ist die Aave hin Das ist der letzte Ich plant für Pommes Boah das gefällt mir Jay, das ist gutes psychologisches Play jetzt hier Ja ne Er ist Main Als ob ich so scheiße bin, 88 hat er Ich wollte ihm die Aave zocken Jetzt holt er sich die Aave Ich hab nem 4 geholt Ja der hat sich halt die Aave geholt Der hat sich halt die Aave geholt Der hat sich halt die Aave geholt Ja 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 So ne scheiße Runde ist unsere das gute Na ja geholt Schön Nervt mich Der hat sich schon viele Sachen geholt 4 Runden ist gut Mango kann nicht Ja wirklich Ich kann nicht Ich kann nicht Alles gut Hier Wie schön Du kannst mir sogar Ja klar Ja klar Tschüüüüüüüüü 물론 aut 30 AP Danke Da drin liegt ne AK, falls du möchtest Ja Als hab ich daneben geschossen hab Auf der Garage sitzt der drauf Das ist echt ein widerlicher Spot Auf der Garage? Ja, genau da wohin gezielt hast What? Hab ich noch nie gesehen, wenn man da drauf kam Ja, über die Kisten kann man dann wieder drauf Ja Was hältst du davon? Das haben wir noch nicht gemacht Da oben sitzt doch einer Da ist der sogar laufen Da ist ja noch 2 Altsop Shit Oh Gott Pommes 2 Pommes Einer oben auf der Pommes und einer in der Tür Oh Fuck Ich hab 54 in 2 gemacht So Und das aus dem Sprung, alter Eiko Ja, bin ich dabei Wollen wir einfach Rampe drauf rennen? Dann holen wir uns mal den Jungen, der immer uns entgegenkommt Ja 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 Der hat immer rum im Winter Ich glaub drauf rennen ist ein 4 gegen 5 Oh mein Gott, hab ich hier Hyping? Ja, ne? Auch ich glaube anders plötzlich Könnt ihr nur hauen, du hast 28 Ah Aber mein Bildschirm sagt was anderes Ah 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 steht einer Oh mein Bildschirm sagt was ganz anderes Ich hab ihn Da und ist noch einer Haben wir es Einfach Instinkt Unter Ich bleib hier, falls der Heaven runterkommt So, nach landen Herr Bankstatt hier jetzt über Und Maid, 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 äh, Rampe Fuck hat mir Alter, der 81 hat der Das war da aber kein Problem Lobby, Jay Äh, ihr müsstet unter Lobby? Da liegt ja die Bombe, oder? Der ist von der Lobby gekommen Der sitzt auf der Bombe Der sitzt auf der Bombe, der letzte Die ist unten, oder? Wo ist der denn? Unten Auf der Bombe Warte mal, lass mal zusammen dahin gehen Runter gehen Ich gehe kurz, äh, über, äh, ähm, Secret Oder über kleine Tür oder sowas Damit wir den gleichzeitig pushen Okay Verwendet hat er dich Ja Okay Der ist doch, wo war der? Unten Tür Der kann überall sein Die einzige Tür Okay Sobald du dich revealst, sagst du Bescheid Dann guck ich auch um die Ecke aufs Fenster Sorry? Ja Okay, dann geh ich rein In 3, 2, 1, go Hinten in der Ecke Ja, äh, bei, da Boah, die Nadine, Alter Das ist schön Keil Ich will dir noch Geld Das war schön Das war richtig gut Letzte Runde, erste Hälfte Ich hab' zum Glück so viel Zeit Was, jetzt schon? Wait, spielen wir das kurze Spiel? Oh Gott, wieso spielen wir ihn kurz? Hä? Der Beste zum Upbranken Alter, wir sind, wir sind crazy unterwegs Also ich bin ich der Chef, der das eingestellt hat Ja, 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 ja Hier mal freshen Wind hier heute Was ist das denn? Also ich bin normalerweise immer cool Aber ich mag diese Also ich mag wohl diesen Okay, ich bin down So diesen Jurassic Pucks Und der ist ja voll cool Ja, der war main Auf Pom ist drauf auch wieder, glaub ich Äh, hinten ist ne Aave weg Bei mir auch Ja, ist da auf Pom ist jetzt einer Also hinten bei denen CT ist einer Ach scheiße, die Bom bin ich nicht mehr CT ist einer Naja, ich hab versucht Jay die abzunehmen Wo ist denn die Bombe auch? Hat er bei main fallen gelassen Okay, ich komm mit dir Christian Ja, ich bin jetzt in der Garage drin Ich such den immer noch Der ist CT gelaufen Komm von Rampe Für den Scope oben im Nest Oben drin? Ja warte, ich schmeiß den gerade mal rein Ja, 100 pro, 100 pro 10 nicht Was? Du verdient Äh? Oben drauf Pommesfahrer drauf Ja Ist ja klar Ach schön Schön Nice 10 Kills Alan Echt so Wo gehst du denn hier so hin? Ähm, ich spiel gern outside oder Rampe Also, ich schli doch Ich geh gerne outside Wer Ja, aber er kann ja, wenn er sich da wohlfühlt Kann er dann rein Ja, dann geh ich Rampe Alles gut Oder, also wenn du auch Rampe gehen Dann gehst du Heaven Ich geh jetzt outside Ja, du bist outside Äh, dann geh ich jetzt Rampe Nee, geh ich ja auch outside Dann geh ich main Ram, drei Leute Und ich bin tot Hab leider keinen gemacht Achso Ja, ich dachte ich dachte Warte mal, ich höre noch Nicht Die gehen in Heaven Ich höre hier Steps I'm not main Bomb is main Ja, Bomb is main down Einer hat mich kleine Tür kaputt gemacht Der ist Rampe Äh, ja Perfekt Er ist vent Da oben Oben, oben, oben Catwalk Heaven Tango Hm Links davon, links von Heaven Zwei Gegner noch, ne? Catwalk entlang Ach Gott Ah, okay, ist da nebenher Ist ja runter Ja, bleib du mal hier Hinter uns main Oh, main Nein Wurde ich Bombe Der ist auf Bombe Als, hab ich mich erschrocken Achso, wahr Ich hab das gar nicht gesehen Alka, hab ich mich erschrocken Wir haben nur noch vier Gegner Was ist denn da los? Das haben wir schon seit Runde 2 oder so Achso, echt Wir haben echt noch vier Gegner Warte mal, aber Bin das nur ich? Oder habt ihr grad schon Drei unterschiedliche Orte innerhalb dieses Games main genannt? Nee Wurde ist main reingekommen Und da hat Sepp den auch kaputt gemacht Ja, aber main ist das hier, ne? Ja, main ist das hier, ja Da ist der durch reingekommen Ja, also mein Positioning war terrible Aber es war daran geglückt Dass ich die Calls vermischt hab Oh fuck, meine Leine Wurde ich komm mit Ramper Achso, man geht jetzt Tür gucken Okay Eher meine Outside Position Also in der Pistol Runde Gebe ich da nen dicken Haufen drauf, weißt du Hä? Main? Hä? Aua Das ist ja noch einer mindestens Ja Ich komm leider nicht an die Waffen ran Hier sind Waffen Ja, okay Er leckt einfach durch die Gegend Danke Okay, ich komm nochmal auch zur Party Auf Spot A Auf Spot A Plans gerade Auf der anderen Seite Wahrscheinlich auf der anderen Seite Na was? Er ist der Torwart von äh Paris Der heißt oh was? Ne, Navas Ne, Navas Achso Boah Schmutz Ey Oh nein Oh nein Nee Jay, was wirfst du äh Ramper? Leute, ich hab nen großen Fehler gemacht Was hast du gemacht? Ich hab ne Grafikanstellung geändert Und das crashed natürlich das Spiel Weil das gerade Stray Global Offensive ist Nein Jetzt bin wir noch 4 gegen 4 Nein, was liegt das? Ich hab das Game fair gemacht für euch Los Zeigst du, dass ihr es auch so schafft Okay, sorry Bram Ich dachte, also Deshalb hat ich Jay gefragt Weil Jay doch immer Rampe geht Nein, schon seit Ewigkeiten geh ich nicht mehr Rampe Oh warte Nicht gut, ich hab mich selber... Aua Also Rampe ist gefallen Durch mich Durch mich gefallen Ich bin am Arsch Rampe Deplanned Digga Hab ich den bitte gedrückt? Ah, ich komme wieder zu dem Legenden-Klatsch I see Ja, Sepp A ist clear Das ist richtig Ja, ja Wird jetzt saven, oder? Ja Gott Oh, the funny Wird jetzt saven Wird jetzt saven Meinst du, da safest du dabei 10 AP? Jetzt brauchst du nicht mehr rein Aber... Genau, saven heißt bisschen weg von der Bombe Stimmt Stimmt Ah, Mann, ey Ja, ne, das nimm ich auch auf mich die Runde Nein Ah Achso Ja, jetzt geht's ja auf dich die Runde, finde ich Also die gingen sowieso auf mich, Alter Meine, meine HE-Ramp, die mich selber wegge-HE-t hat, ne Die war insane Also Bram, wie machen wir jetzt jetzt Rampe? Eigentlich geht einer nur Rampe Und zwei gehen A Wirklich? Ja Okay, wo geh ich jetzt hin? Wenn HEAVEN frei ist, gehst du HEAVEN, ansonsten gehst du QUICKY Okay, was ist frei, Jungs? Mango, magst du mir ne Waffe legen? Na klar Weiß nicht, wer wo steht gerade Ja, ich auch nicht Aber redet ja auch keiner mit uns Ich geh wieder außer jetzt Ich stell mich draußen Ich steh immer an eine scheiß Türe, fertig Okay Dann ist HEAVEN frei Ja, bitte Wo stehst du? Wo stehst du? Was? Wo stehst du? Aufpommes Aufpommes Aufpommes, okay Dann brauch ich eigentlich auch nicht auf die Tür gucken, oder? Ja, da kannst du mitkommen, dann sind wir 2-2, okay Du musst noch mies reinforcen hier, Jay Wo soll ich hin? Na außen, da geh die gerne Ja komm mit Die gehen immer außen oder Rampe Okay, also komm ich mit Rampe, Bram Du machst Feuer, danach mach ich Nee, ich hab kein Geld Okay, dann mach ich Smoke Okay Sehr gut, absprechen Wir machen das jetzt Ja, also es geht ja gar nicht klar, was hier für eine Kommunikation gerade läuft Der kann Guter hat wieder verlieren Sehr gut Okay, du machst das jetzt mal Alles klar I like Der lief der Stänger Aber unsere Nails waren gut Ich bin jetzt alleine Die Smoke ist scheiße Nee, mit Christian Hast du den? Der Schmuck ist doch gut Und das nochmal Nee Christian das Tür hat er doch gesagt Geil, wir haben gerade gepackt Bram, ich glaub hier ist nix Machen wir das schon Wer von HE Bram Hey Lobby laufen Können Rampe kommen Drei Läuse Ramp Einer ist da noch Kriegst du eigentlich so n bisschen low Und mich werfen eine Flash Ist da immer noch links Ah, da hinten halt drin Ja Das ist der letzte Ah Ich warte jetzt einfach hier Bis der kommt Jo Ja Hier ist er Nice Boah, durch die Wand kann man durchgeben Holy shit Der hat mich gerade versammelt Im nächsten Raum Und ne Molly, nice Die haben wirklich gegönnt für uns Komm ich eigentlich erst tief in ein Secret rein Kebram, ich werde Feuer Ja Hm Also ich gehe weiterhin alleine A Ja, das ist korrekt Nee, Christian geht doch Tür hat er doch gesagt Wir haben hier drauf hin Du gesagt Also wir haben uns doch darauf geeinigt Dass einer A reicht Also ich kann auch Tür gehen Mund drauf Müsst das auch okay Bauzeit Flashes Ich gehe mal Secret Oh, da ist ne A Ich habe Mehr Flashes outside Steps Haben wir schon mal hin Bram Scheiße, dachte ich mich jetzt gekriegt Bram ist gefallen Viele Steps outside Ich stehe es wie krass Ja, bleib da mal drin Einer ist auf mir drauf Glaub ich auf der Garage Ja Einer ist auf uns down Oh, ich wollte die gerade refraggen Du holst ihn aber einfach so Okay, Salter Ok Das war gut Ist einfach Entscheidungsrunde Ja, so läuft dann Ja Wenn, man könnte leider meinen Zeppler mit seiner Kommunikationsrede recht Das ist krass Was, dass wir uns absprechen müssen Wer wohin geht Ja, ja Dach wir bekommen einfach большige Feuer Und marinblancy Dass sie niemals durch Pommes oder Quickie gehen Jetzt ist einer durch die Tür gegangen, aber den habe ich gemacht, jetzt mache ich die Tür wieder zu. Outside obendrauf, 6 HP, geht zurück. Outside oben am Bottich, ich gehe außen mit der Awe hin. Türe, Main, 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 Main wahrscheinlich rein. Der 6 HP ist tot. Da ist noch einer, Jay. Komm, er liegt hier, Lobby. Ja, der kommt. Nice! Danke für den guten Call, Mango. Da wusste ich, wo ich hingucken musste und konnte ihn so holen. Sehr gut. Einser Kommunikation hier gehört. Hab ich von Zapp gelernt. Also, Kommunikation ist key. Boah, man kann ja immer noch kommenten. Boah, Gold Overmaster, wow! Wow! Alter, Uprank, Nigga. Let's go, let's go! Runde 2! Jo! Hallo! Oh mein Gott! Counter Strike Global Offensive! Oho! Ich führe nix. Einer, einer ist balloons oder wie das heißt. Er Alang. Alang, der Schauch. Reng schauch. Reng schauch B. Ja, die von oben. Ja, die von oben. Noch einer tot Alang. Ich würde mich jetzt mal zurückziehen Leute. Na dann tauschen wir doch einfach. Wo ist die Bombe? Toilette dürften auch weg. Alang ist die Bombe ganz hinten. Nice Bram. Der lebt noch. Der lebt noch? Ich dachte der wäre tot. Der hat noch ein Leben gehabt oder so. Ich habe irgendwen, also ich dachte der wäre umgefallen. Ich habe das auch noch gehört, aber dann war das nicht so. Willst du mir das Teknein geben Jay? Oder kaufst du nicht? Geil. Beste Waffe im Spiel. Wenn du die gerne spielen möchtest. Alter schon eine Banger Waffe so in der zweiten Runde. Ja pass auf. Zeig dir jetzt Teknein Magie. I'm a snack. Teknein Magie. Dicknein. Dicknein. Die haben B gekauft. Die haben einen guten Platz. Okay, dann ist mein Teknein halt plötzlich gar nicht mehr so geil. Scheiße. Also nicht gegen die, die haben auch MPs geholt. Ja die kommen A. So. Ich bin in A1 vertreten. Alter. Kann ich natürlich nicht B gehen? Könnte sein, dass die... Alter, der ist an mir vorbeigelaufen. Der ist an mir vorbeigelaufen. Alter, zweite Runde ist eine AOG, ist auch wild ey. War noch nicht gesehen, aber hat funktioniert gerade. Da sind drei Tote. Der ist einfach an... Der hat sich genau... Ich hab mich hier hingestellt und der kam einfach vorbei und hat sich vor mich gestellt. Einer von denen war im Treppenhaus. Vor dir. Genau. Ja. Treppenhaus. Ja, aber ist lange her. Okay, ist nicht lange her. Bombe weh, Bombe weh. Nice. Wer meint, wer meint. Alter, warum du natürlich das überlebt hast ey. Ja, kein Problem. Du weißt doch, wer die Bombe schmeißt, der Scheiß. Geil. Ich hab Eko. Ich kann den legen. Warte, wo bist du? Da. Der Preis ist Scheiß. Der Preis ist Scheiß, ja. Weil die haben auf jeden Fall Bock auf Spielplatz. Ja, wer nicht, du. Kann ich verstehen ey, Julius hat auch immer voll Bock auf Schaukeln, Rutschen. Ich hab bei uns in der Heimatstadt, in der Zoho, gibt's so einen Spielplatz. Hab ich früher als Kinder immer da und so einen langen Bach. Ne, Zepp hat gesmoked. Ich hab A lang gesmoked. Ne, ich bin aufs Thema. Ne, ich bin aufs Thema. Alter, B ist alles blind. Es ist so B. Es ist so B. B. Bombe ist schon drauf. Schon drauf? So was stark heißt er. Oh, der kommt von kurz. Seht ihr alle? Den bombeln ich da B. Ah, schlecht von mir, sorry. Auf jeden Fall ist da ein Spielplatz, da ist so ein richtig langer Bach. So locker, so in meinem Kopf, so 100 Meter, wahrscheinlich eher so 20. Sam, wie ist denn das so bei dir? Plant it. Ich geh oben. Einer noch. Der müsste im Pit sein, oder? Ne, der ist schon. Und in diesen Bach haben wir als Kinder immer Schiffe reingesetzt. Und dann hast du die immer von ganz vorne bis nach ganz hinten schwimmen lassen. Geil! Dann sind wir abgegriffen. Das war der Shit. Das ist ja Real Life Shipping. Ja, das ist wirklich. In so einem Bach, oder was? Ja, in so einem Bach, einfach mit Schiffen. Mit so Papierschiffen. Und so Papierschiffen bei uns auf den Feldern immer Blutegel gesammelt. Ne, das ist auch ne coole Beschäftigung. Ne, nicht so Papierschiffe, sondern die ließen die. Dann hab ich denen Regenwürmer zum Essen gegeben. Dann haben die die so ausgesaugt. Dann hatten die am Ende nur noch so ne leere Hülle. Was? Ja, ich bin auch mit dem Bunsenbrenner auf Ameisenhaufen los. Also so ist es nicht. Was? Und dann hast du die ganze Zeit verwickelt, oder was? Ich hab die Natur gefüttert und dich einfach umgebracht. Oder mit so einem Flop immer auf Spinnen los. Geht ihr ein Flop? Wenn man so ne... Du guckst Toilette, Christian, ne? Oh, warte mal. Außen. Ja, weil... Wenn man so ne... Wenn man so ne... Irgendwo war... Scheiße, okay, Moment. Können mich nicht von hinten von der Toilette binzen, oder? Geh doch nicht vor, Alter. Oh, die hat mich da in der Mülle weggemacht. Okay, hab ich. Hier. Toilette. Fuck, hast mich. Weißt aber nix von meiner geheimen Flash. 50. Ich mach mal ne A. Ich bin auf A. Einer hier unten drin. Ja, aber... Geht ja eher Richtung A. Nice, Braben. Letzter weiß ich nicht. Granate. Ah, auf dem Treppenhaus. Einer Treppe. B, B. Bleib A. Bombe geht auch, würd ich sagen B. Was ist der letzte? Wer ist der da? Ich glaube, er kommt. Nun komm ich. Weiß ich nicht. Bleib da. Ne, hat ihr nicht gesehen. Das war wirklich ne Glaubensfrage, so auf Religionslevel. Das war so ein Feeling. Das ist ja auch so deutsch, dass ne Parkanlage Öffnungszeiten hat, what the fuck. Ja. Da steht nicht, dass du nicht grillen darfst. B. True. Wie reinig. Auf jeden Fall. Kennt ihr den Flop noch so, wenn man so ne halbe Liter Flasche in der Mitte durchschneidet, sodass sie offen ist und dann macht man an das Öffnung, an die Öffnung, wo der Deckel ist, so ein Finger von nem Gummihandschuh dran. Und dann machst du da so vorne Erbsen oder kleine Steine rein. Dann kannst du dich in diesem Gummihandschuh nach hinten ziehen und dann schießen die vorne so raus. Was? Ne, keine Ahnung. Das klingt wie ne improvisierte Flitsche. Da war ein MFZF nicht drin, tun mir leid. Das ist so, das kann schon wehtun. Das kann schon definitiv Verletzungen verursachen, aber die haben wir halt natürlich nie auf Menschen gerichtet. Lieber auf Spinnen. Richtig. Verstehe ich. Du hast gerne Tiere gequält, ne? Nein. Ne, nur umgebracht. Schön. Ist das nicht das gleiche? Einer noch. Ja, und ihr habt auch wenig HP. Und wenig Skill. Achso. Ja. Geht natürlich auch. Die Dalu versucht zu machen, du. Ich hole mal die AK hier nicht. Und auch nicht. Wo ist er? Wo ist er? Und B. Und er ist weg. Oh Gott. Oh, so lucky. R4 nicht. Mango. FAP-S. Jawoll. Reiner. FAP-S. 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 Also auch wenn du davor standest. Ich hatte aber auch nur neun Schuss und ich hab dem glaube ich in die Knie geschossen, weil ich geduckt bin. Ja und ich hatte leider den einen davor noch getötet. Sonst wäre Snays. Sonst wäre Snays. Wir sind gleich wieder Glauben in der Lead, Alter. Krass, das geht so schnell. Der übliche halt. Richtig nice. Aber ich find's gut, wie ich als einziger Golden Rover Vier Letzter bin. Ich bin einfach ein wichtiges Fundament fürs Team. Aber mit fünf Kills bis jetzt find ich nicht Letzter, also. Ja, aber ich find die Verbindung, die die wirklich darstellung davon so schön. Das ist so wirklich so der Grundsatz. Das kann man auch machen. Das hat mich short, b short, b short. Da kommt auch Sachen geflogen auf b short. Von b short. Das ist die smoke, alter. Das steppt auch jemand, das nervt mich ein bisschen. Das ist Toilette. Ich geh hoch. Du bleibst da, Mango. Die Bombe ist gut. Bitte? 10 AP, Mann, das ist doch frech. Also zwei Leute mindestens B. Bei mir. Klaus. Keine Ahnung, was die für den Splits spielen. Boah, sind weiter, okay. Fuck off, ey. Unbelicht, geil sehr in mir. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Du musst Toilette gucken, dass der da nicht rauskommt. Ja, der ist Spielplatz. Spielplatz. Da gibt es noch drei. Das ist richtig. Der steht aber hinten. Der steht aber so gut. Das ist euer. Ja. Wenn die Sepp nicht von hinten abschießen können. Mhm. So nicht. Nee, der ist da. Gibt es ja Bram. Jetzt schafft er da doch mit dem Planten eigentlich nicht mehr. So, Lede. Du bist da nicht nur wegrennen. Ja, rennen echt einfach. Aber hinter dem sind wir doch kaum. 5 Sekunden. Kannst aber gehen. Geh weg. Okay, oder mach ihn einfach. Okay, Sepp. Sehr schön. Muss man das respektieren, ehrlich. Respektiere meine Arme. Oh, hör mal irgendwas. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö der kommt treppe testen der kommt treppe einer short hat 50 muss das jetzt flawless holen das ist machbar ich werde hier gescopt um die ecke croucher hat meine arme sehr enttäuschend aber das ist jetzt auch piko und dass ich schießen kann auch dumm eigentlich ja gut kann man mit starten als t okay oh yes ja bunte die kauft eigentlich die genichen ersten lang du schon nach der eben dusche holen ja du ich schaff das ja entschuldigung da hat es kurz geklingelt das ist in ordnung komm nicht spielplatz gegen gepusht krass hätte ich jetzt erwartet ja wundert mich auch ein bisschen hier wieso sollten die die wären so ein team hätte ich gesagt die haben gespürt aber dass du siegel gekauft hast deswegen Junge wie ist es denn hier A lang ist frei einer könnte connector kommen ich habe aber den connector also die sitzen irgendwo alle auf dem hausport ab ihn ja A lang ist ja ultra frei das eine habe ich auf B geholt ja A lang war ja A lang ist jetzt auch A wenn wir den jetzt kriegen dann ist das ein Pick okay das war nicht so gut von mir geschossen okay schön einer noch Bank schön ah Bank tot ihr seid sane nice zwei stück noch ne ich guck mal da hinten GOOOOOO der ist aus Bank ja wollte ich kurz den Vogel machen aber GOOOOOO NEIN nein ich wollte den Messern ja ein Messer mich statt dessen ist noch ne FAMER ich wollte ihn messern ach man muss ja zwei Runden gewinnen oah so langweilig alter er habe mich vertan ja verstehe ich aber 90 let's go wir hatten den Ankel und dann haben wir ihn nicht genommen einfach die Treppe jetzt mit P90 hoch ich glaube B kriegt ihr safe Gegenwind cool die müssen halt forcen dann werde ich die wieder abkämpfen so wie ich es immer tue noch einer Brunnen alles Christian guck mal auf schön einfach weiter rennen ja eigentlich einmal nachladen bei P90 ich ich noch Bank achso Bank nice letzter drauf mit Hass er hat 80 Schaden bekommen ich bleib mal hier oben das haben wir nein wir hassen ihn jetzt scheiß doll ich sitze da unten ich sitze da unten ha let's go mit einer Kugel let's go zwei Wins in einer Folge alter mega ganz schnell absen Nick für zwischendurch ey PAM jetzt gönnt uns mal nen Rang schade wird man für die kurzen Matches aufgewertet ja 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 auch denselbe vermutlich weniger aber nein was will ich mit so einem fucking graffiti richtig ja geile Doppelfolge Dankeschön für zuschauen guck bei Mango vorbei bis zum nächsten Mal rein tschüss tschüss